Wird es richtig spannend, hier bei European Four Cross, hier in Olsbach. Steht das große Finale in der Elite-Klasse an und hier ist dabei mit der 9 Simon Waldburger, mit der 21 Marvin Schaub, unser Lokalmatador, mit der 7 dabei Samuel Willmann und mit der 4 Lars Evers. Ja, Marvin ist gut weggekommen, aber Ihnen die 9 Simon Waldburger in Führung. Simon Waldburger führt das große Finale an. Jetzt ist der Schwarzwald Spuddelkoffer, er kommt hier. Kann Marvin noch auf 2 vorfahren, im Moment ist er auf 1. Kann er noch eine Linie finden hier? Also auf 1 auf jeden Fall Simon Waldburger. Vor der 7 Samuel Willmann. Und Marvin Schaub auf 3. Und so ist auch der Zieleinlauf sensationell.